Willkommen zum nächsten Video. Willkommen hier zu diesem schönen Thema der Paragrafenketten. Und zwar möchte ich mit und in diesen Paragrafenketten zum Sachanlagevermögen zeigen, wie sich das alles hier verhält mit Ansatzausweisbewertung, mit Erstbewertung, mit Erfolgebewertung, mit allen Schweinereien, die man sich hier denken kann. Ich bin der Meinung, und das behandle ich auch in meinem Online-Kurs und in meinen Webinaren, ich bin der Meinung, dass wenn man diese ganzen Paragrafenketten drauf hat, dass man unheimlich viel dann schon weiß, dass es mehr als die halbe Miete ist. Andersrum gesagt, man muss das ganze Zeug verstehen und muss zusätzlich noch Paragrafenketten lernen. Wenn man es andersrum lernt, erst Paragrafenketten und dann in Zusammenhang damit das Ganze verstehen, ist es vielleicht einen Tick schneller. Hat man, ja wahrscheinlich, hat man sich einen Tick hier von der Lernzeit sogar gespart. Also, kleiner Tipp hier, wie man das Ganze angeht. Die Aufgabenstellung hast du vorliegen, ansonsten ist die Aufgabenstellung natürlich nochmal unten in den Kommentaren. Weißt du Bescheid? Außerdem werde ich oben hier auch die anderen Videos verlinken zu dieser kleinen Reihe und bestimmt am Ende dann auch nochmal hier das Ganze einblenden, wo es zur Playlist geht. Und du kennst das ja von YouTube-Videos. Man stellt sich ja dar. Es ist ja so. Man kann nicht drum herum reden. Man stellt natürlich das dar, was man sonst noch so im Angebot hier hat. So, werden wir doch fachlich. Wir haben die Folgebewertung des Jahres 2022 in dem Video hier davor behandelt. Jetzt kommen wir also zur Folgebewertung des Jahres 2023, danach. Und hier 252 Absatz 1 Nummer 4. Jetzt ist es nämlich, jetzt habe ich extra, um dich zu ärgern, jetzt habe ich extra, um dich zu ärgern, hier eine Sauerei reingeballert. Nämlich ein Blitz schlägt in die Lagerhalle ein. Boah, ein Blitz stellt in die Lagerhalle ein. Am 30.12. und führt zu einem irreversiblen Schaden in Höhe des von 10% des Restbuchwerts. Das ist jetzt nicht groß, aber es ist ein Schaden. Und aber diesen Schaden erfährt die Unternehmung erst am 2. Januar des Folgejahres. Und da ist die Frage, wird erhellende Information oder wird begründende Information? Ist es eine Information, die den Wert erhält oder die ihn gründet, die ihn begründet? Nicht begründet im Sinne von Argumentation, sondern im Sinne von schaffen. Und die Antwort ist, es ist eine werterhellende Information, weil sie doch im alten Jahr passiert, weil sie doch im alten Jahr passiert und erst im neuen Jahr bekannt wird, aber im alten Jahr hätte bekannt sein können. Also wenn wir uns auf den Standpunkt 31.12.2023,24 Uhr stellen, dann ist die Sache passiert, diese Wertminderung. Und also müssen wir sie beachten. Ob sie denn auch wirklich reinkommt, ist eine Frage jetzt, die wir dann auch noch beachten müssen mit dauernder Wertminderung und so weiter. Aber zumindest müssen wir sie beachten. So. 253 Absatz 3 Satz 5. Die außerplanmäßige Abschreibung. Die außerplanmäßige Abschreibung. Satz 5 des Absatzes 3 für, und jetzt komme ich wieder zur Dreifaltigkeit des Anlagevermögens, für immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, als auch für das Sachanlagevermögen, gilt, dass ich eine dauernde Wertminderung benötige, die dann zu einer Pflicht der Vornahme der außerplanmäßigen Abschreibung führt. So. Denn im Finanzanlagevermögen ist es anders. Dort habe ich schon bei einer nur vorübergehenden Wertminderung das Wahlrecht, aber nicht die Pflicht, hier abzuschreiben, § 253 Absatz 3 Satz 6 HGB. Also die Aussagen der einzelnen Positionen hier, der Kodifizierung, der ist natürlich ganz wichtig. Das gemilderte Niederswertprinzip, es liegt eine dauernde Wertminderung vor. Und warum? Warum ist die Wertminderung hier dauernd? Da würde ich sagen, handelsrechtlich, wenn etwas bis zum Bilanzerstellungstag anhält. Wenn eine Wertminderung bis zum Bilanzerstellungstag anhält, dann ist sie nach meinem Verständnis dauernd. So. Hier ist nichts Gegenteiliges gesagt, dass es irgendwie wieder sich zurückbilden würde. Im Gegenteil, hier stand explizit sogar irreversibel. Der Schaden war irreversibel. Insofern, das ist ja noch einfacher. Hier, der Schaden ist dauernd fertig aus. Wegen des Wortes irreversibel ist der Schaden dauernd. Das ist dann bei Aktienkursbewegungen wichtig. Hält die Wertminderung bis zum Bilanzerstellungstag des nächsten Jahres an? Dann dauernd fertig. So. Und das heißt, dass wir hier, gemeldet ist nicht, das wird Prinzip, dass wir hier nach der planmäßigen Abschreibung, die wir ja auch noch vornehmen müssen, drei, was war das denn? 520.000 durch fünf. 520.000 durch fünf Jahre. Und zwar hier nicht monatsgenau, sondern jahresgenau, dann planmäßig abzuschreiben, sodass wir dann danach auch noch die außerplanmäßige Abschreibung vornehmen müssen. in Höhe hier von 34.450. Handelsrechtlich. Das ist handelsrechtlich. So. Jetzt geht's los mit Steuerrecht. Ach du meine Güte. Paragraf 6, Absatz 1, Nummer 2, Satz, Nummer 1, Nummer 1, Entschuldigung. Paragraf 6, Absatz 1, Nummer 1 ist fürs Anlagevermögen und zwar für das abnutzbare Anlagevermögen. Für das Umlaufvermögen als auch das nicht abnutzbare Anlagevermögen ist Nummer 2 da. Paragraf 6, Absatz 1, Nummer 2. ESTG. Also hier sind wir in Nummer 1. Satz 1, Erstbewertung. Satz 2, Folgebewertung. So. Und da steht jetzt, bei einer dauernden Wertminderung, bei einer dauernden Wertminderung, darf, und das ist ein entscheidender, das ist der entscheidende Unterschied zum Handelsrecht, darf eine Teilwertabschreibung gebildet werden. Nicht muss. Handelsrechtlich ist es ja hier muss. Steuerrechtlich darf. Und dann übrigens müssen wir uns dann noch überlegen, was ist denn mit der Spielregel? Die Spielregel besagte hier, dass man sich steuerrechtlich möglichst arm rechnen soll. Genau. Möglichst arm rechnen soll. Und das heißt, wenn wir das Wahlrecht haben sollten, dann würden wir das aber auch ausnutzen müssen. Das heißt, Lombierische Bauernregel, der Bilanzierende hat ein Wahlrecht. Der Student, der Bilanzbuchhalter, der Steuerfachangestellte, der Steuerberater, also alles Angehende, haben nicht das Wahlrecht, sondern haben die Pflicht, wegen der Spielregel hier, in der Klausur. So. Ist die Wertmindung dauernd, oder ist sie es nicht? Und da geht es los. Das Wichtigste aller BMF-Schreiben ist jenes zur Teilwertabschreibung 2. September 2016. 2. September 2016 ist das Wichtigste aller BMF-Schreiben. Meiner Meinung nach. Also, ich finde das unbedingt schon mal vorher ausdrucken, im Internet besorgen, ausdrucken, an den Schminkspiegel kleben. Also, die vielen Beispiele, die da drin stehen, ermöglichen es einem, das überhaupt erst mal zu verstehen. Denn in der Prüfung, wenn du das BMF-Schreiben kriegst, in der Prüfung, dann stehen die Beispiele möglicherweise nicht drin. Dann wird es dir künstlich schwerer gemacht, als es ist. Das heißt, dieses BMF-Schreiben und auch den Leasingerlass unbedingt vorher besorgen, damit du da mehr weißt. Textziffer 8. Es geht in den gesamten BMF-Schreiben vom 2. September 2016 um die Frage, ob eine Wertminderung dauernd ist, ja oder nein. Weshalb wir dann ein Wahlrecht haben, Klammer auf, hier die Pflicht wegen der Sache, wegen der Maßgabe, dass man sich steuerrechtlich möglichst armrechnen soll, Klammer zu. So. Textziffer 8. Und jetzt ist es die Frage. Und da geht es los. Und da stehen zwei Beispiele nach der Textziffer 8. Zum Glück. Denn das Ganze ist so schwer, das kapieren die vom Finanzamt auch nicht. Behaupte ich. Also ohne das Beispiel. Und das Beispiel sagt, wenn der niedrigere Wert für die Hälfte der Restnutzungsdauer unterhalb des planmäßigen Restbuchwerts liegt, so wäre die Wertminderung, so ist dann die Wertminderung dauernd. Und das ist hier so nicht. Da ich ja hier eine Wertminderung von lediglich 10% unterstellt habe, ist es noch nicht mal im Folgejahr so. Und insofern ist es nicht nur nicht für die Restnutzungsdauer, nicht nur nicht für die Hälfte der Restnutzungsdauer, sondern überhaupt gar nicht. Drunter. Unter dem planmäßigen Restbuchwert. Übrigens, das planmäßige Restbuchwert, auch ein nettes Wort. Egal. Also ist nicht. Die Wertminderung ist nicht dauernd. Und darüber musst du noch mal eine Nacht schlafen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Das BMF-Schreiben vom 2. September hat hier einige Fußangeln, was hier ist mit dauernder Wertminderung. Also hier beim abnutzbaren Sachanlagevermögen wird es mit der Restnutzungsdauer gemacht. Und allein das ist schon gar nicht mal so easy. So easy peasy. Ergo sagt hier das BMF-Schreiben, die Wertminderung ist nicht dauernd. Folglich, § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 ESTG verbietet eine Teilwertabschreibung. Verbietet eine Teilwertabschreibung. Die Teilwertabschreibung im Jahre 2023 ist 0. Ist 0 Euro. So, und das heißt, der handelsrechtliche Abschreibungsplan im ersten Jahr, monatsgenaue Abschreibung, 9 Zwölftel mal 520.000 durch 5, ne, bam, das ist der Restbuchwert. Im Jahr darauf 106.000, weil ganzjährig, dann abzuschreiben, ganzjährig abzuschreiben, genau. Und wir erinnern uns, 520.000 plus 10.000, zwar 530.000, 530.000 durch 5, ne, ganzes Jahr, bam, 106.000. Und zusätzlich eine außerplanmäßige Abschreibung von dann 34.450, sodass man dann auf dieses, nochmal um 10% gemilderte, geminderte Wesen dann hier kommt, auf diesen Wert, der dann der Restbuchwert dann ist. Der vorläufige und endgültige Restbuchwert. Vorläufig, weil man sich Gedanken macht, ist das dann jetzt der Wert und endgültig, ja, wenn da nichts mehr kommt, ist es dann auch der endgültige Restbuchwert. Und steuerrechtlich, erstes Jahr genauso. § 7 Absatz 1 Satz 4 ESTG, ne, monatsgenaue Abschreibung, bam. Nächstes Jahr, AFA, planmäßige Abschreibung, wie wir uns handelsrechtlich ausdrücken würden, und dann, und jetzt kündet, jetzt, wie man, wie der Kölner sagt, ne, herzliche Grüße gehen ins Rheinland, in meine Heimat. In Düsseldorf spricht man genauso und in Neuss auch. Jetzt kündet, jetzt kommt's. Achtung, Teilwertabschreibung, null. Null Euro Teilwertabschreibung, hatten wir ja gesagt, hatten wir ja begründet, und also ist das dann dort der Restbuchwert, der höher dann ist. Der höher ist, als der Restbuchwert nach Handelsrecht. und das wird dazu führen, dass wir dann, und das mache ich im nächsten Video und auch im übernächsten Video, dass wir dann hier bei der Überleitungsrechnung ein Thema haben und dass wir auch bei latenten Steuern ein Thema haben. Uiuiuiuiui. Es ist alles nicht so einfach. So sieht's aus. So, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.